Das ist Manticore. Ein biologischer Wirkstoff, der auf spezielles Erbgut abzielt. Wenn deine DNS-Signatur nicht in der Atlas-Datenbank steht, bist du tot. Das heißt, wenn er das Zeug im Kampf freisetzt, überleben seine Leute und wir sterben? Genau, der Kontakt mit nur einer Spure ist tödlich. Schutzanzüge sind nutzlos. Ist es einsatzfähig? Keine Ahnung. Aber wir haben hier diese Probe von ihm. Also könnte er es auch schon industriell produzieren. Wenn ja, brauchen wir die Infos. Wann und wie. Nur so können wir Ions aufhalten. Das Problem ist, Atlas hat dutzende Standorte für Massenproduktion. Bis wir den richtigen finden... Gideon kennt den Standort. Du sagst, du vertraust ihm? Wir brauchen ihn für die Mission. Wir haben keine Wahl. Das Ziel ist eine alte Holzfabrik in Bulgarien. Wir schließen dann am Treffpunkt mit Kormick und seinen Leuten auf. Drei Minuten bis zum Ziel. Du hattest recht wegen Eins. Ich muss es wohl akzeptieren. Besser jetzt als nie. Wenn du nicht wärst, würden wir noch im Dunkeln tappen. Wie in alten Zeiten, ne? Lücken, wir warten auf uns rein. Sind getroffen. Atlas EOP. Fuck! Axos-Versage! Wir gehen runter. Festhalten! Achtung! Das sind Sie! Das hört sich ja nicht gesund an. Lauf, lauf, lauf. Wo wollen wir denn hin? Du bist ja lustig. Man weiß nicht, wo das Schussfeld ist. Lauf dir mal hinterher. Los, los, los. Ja, wohin denn? Huch. Der schießt ja eh nur auf dich. Nicht auf mich. Oh, oh, oh. Ich nehme alle zurück. Exo fährt noch hoch. Komm jetzt. Erkreiß dein Heli. Komm schon. Wo bist du denn? Hier rauf. Ach so. Mensch. Bewegung. Ach, das schon wieder. Das können wir doch. Warte. Komm schon. Na komm. Exo bereit. Tarnung. Der Heli zieht ab. Wir können los. Visier auf meine Signatur synchronisieren. Da bist du. Sein Feind nähe langsam. Sie dürfen dich nicht hören. Drohne. Nicht bewegen. Leise. Ich würde das Ding kaputt machen. Also los. Auf die Energiezellen achten. Bewegung leert sie. Patrouille nähert sich. Übernimm den vorne. Hier, Victor. Sie hängt langsam. Gebeck 6 over. Gefällt mir. Keine Schalldämpfer. Nur im Notfall abfeuern. Halten wir den Deckel drauf. Kingpin. Hier ist Sentinel-2-1. Unser Heli ist abgestürzt. Sind auf der Flucht. Benötigen sofortige Evakuierung. Negativ Sentinel-2-1. Tun Sie sich mit Sentinel-2-3 zusammen. Verstanden. Alte Scheiße. Laufen wir dem einfach mal hinterher. Scheiße. War dann, denke ich mal, es ist mein Fehler. Oh Mann. Recht dunkel. Oh. Da haben wir gar keine Schnitte. Da haben wir keine Schnitte. Das war mein Fehler. Keine Schalldämpfer. Nur im Notfall abfeuern. Alles klar. Kingpin. Hier ist Sentinel-2-1. Unser Heli ist abgestürzt. Sind auf der Flucht. Benötigen sofortige Evakuierung. Negativ Sentinel-2-1. Tun Sie sich mit Sentinel-2-3 zusammen. Verstanden. Alte Scheiße. Zu viel Aktivität. Rechts markieren. So, jetzt mache ich mal gar nichts. Okay. Moment. Lade auf. Cormac und Nox sollten schon am Treffpunkt sein. Bewegung. Ah, das gefällt mir. Zwei im Fahrzeug. Sturmladung platzieren. Erledigen wir sie schnell. Übernimm den Passagier. Alles klar. Nicht bewegen. Oh. Spitze. So, und jetzt? Hat das so spannend? Moment. Lade auf. Okay. Los. Warte, warte. 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 Ich folge dir einfach mal. Das passt schon irgendwie, ne? Konvoi voraus. Moment. Tarnung aufladen. Ja. Da lang. Fünf ASTs nähern sich. Da kann man sich nicht durchballern. Nee. Guck hoch. Ich würde sagen, wir warten einfach. Da sind sie. Oh Mann. Ich würde sagen, wir sind fast da. Oh, 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 oh. Mich ist... Oh. Bis die Patrouille durch ist. bin ich ja mal gespannt ich laufe einfach mit dir ja raus hier ich glaube wir haben es geschafft das war's da sind sie doch genau wie geister alles klar müssen evakuiert werden wir mussten einige töten wenn sie die leichen entdecken ist die hölle los die mission läuft noch ausrüsten die mission lief von anfang an schief wir gehen erst wenn wir das hier gesehen haben ich sehe überhaupt nichts die initiative ist verloren versuchen wir es ein andermal es gibt kein andermal wenn das schief läuft liegt es an dir mein freund es liegt immer an mir wo gehe ich runter aha mein gott das muss man ihm lassen ziehen wir es durch ja da kannst du mal sehen nicht schlecht holografische bäume ziel gebäude voraus ich ran schon ein bisschen komisch aus bei der kamera aber cool ziel wählen ja und jetzt ach ja noch sicher noch mal sicher alles klar und alle weggeknallt da oben ist noch einer weg sind sie wir haben das zielgebäude infiltriert und dringend zum serverraum vor hör mal ich habe schon längere zeit keinen laptop mehr gefunden ich will jetzt erstmal gucken wo hier ein laptop ist komm gleich ihr seid ja da ah ihr seid schon dran so über die treppe ich gebe deckung ja mach das mach das was ist das Mitchell geh vor schon gut sicher an die konsol so lass mal gucken ob hier irgendwas liegt dieser raum der schreit doch förmlich danach durchsuche mich durchsuche mich was ist das denn ja warte gib mir gib mir noch zeit ein kleines bisschen nur ok halt nie leider nicht ok gut dann werden wir das mal hier benutzen wir laden hier nach und benutzen ok jungs durchsuchen laufwerke daten alles interessante ihr kennt das ja kingpin starte jetzt die analyse ablink folgt bereit zum empfang nicht das da opa die beiden da drüben hat er den grad opa genannt bingo wir haben das paket übertragung ablink bestätigt ok abfackeln termit hier läuft mehr als nur biowaffen damit kriegen wir eins alles klar sauber verstanden rück uns durch die fabrik vor zu mir sie haben eben ein sensornetz aktiviert unsere tarnung ist nutzlos ok tarnung ist keine option mehr auf sensoren achten sie stören unsere exos los dann würde ich sagen teilen wir mal aus muss mal kurz in deckung gehen wenn ich übertreibe gerade ein bisschen das kann nicht sein dass hier kein lab abk Tigers was